Willkommen zu einer Runde Ende Games mit mir. Ich bin ein Huhn, das Holz abbaut. Ignoriert das. Das ist täglich, das ist normal. Ein Hühnchen, das ihr ein Schwert korftet. Ganz normal, wie gesagt. Ignoriert das. Die Geschichte. Die Geschichte von einem hässlichen Blaubarsch. Es war mal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle Menschen gestorben sind. Ende. Okay, 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 okay. Okay, ich bin gerade perplex. Wir sind nur ein Hühnchen. Aber ein böses Hühnchen. So. Ich rette dich Mädchen. Oder so. Erst mal werfen und direkt irgendwo gegen klatschen. Ist auch eine gute Alternative. Haha, Wichser, Alter. Oh Gott, dass der Typ den anderen angegriffen hat. Das hat mich einfach richtig den Arsch gerettet. Das hat mich einfach den Arsch gerettet. Du hast wohl Angst vor mir, ne? Ich hab ja auch so viel Leben. Ich hätte sicher Angst vor mir selber gerade in dem Moment, ne? Du hast wohl Angst, ne? Oh. Na, was fair? Ich hab kein Leben, du Bastard. Fuck this shit! Gewonnen! Fuck! Ja, wie gesagt, man... Verdammt! 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 Spring-Echsen! Echsen! Spring-Echsen! 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 Hier gerade? Spring-Echsen! Nein! Wieder einen Millimeter neben dieser verdammten Platte! Ein Millimeter! Ich... Ich muss raffeln! Wieder einen Millimeter daneben! Oh, Scheiß! Da gibt's noch ne Band! Oh! Oh, nein! So, geschafft! Nö! Also, nö! Ehrlich! Nein! Das Taddel! Ich seh Taddel! Oh Gott! Er ist da bei mir! Beim Ende! Ja! Zumbell! 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 Das ist halt... Das ist doch ein Rennmodi! He! Nein! Gar nicht! Ich spiele grad wieder wie ein Stück Scheiße! Ich mach den grad auf normalen Wege, weil ich ein anständiger Spieler bin! Ja, und du wirst auch noch wegen Cheaten gebannt, weil du der anständige Spieler bist! Richtig! Ich bin beim nächsten Tor... Aaaaaaaaaaah! Wo ist das nächste Stück Scheiße? Ach da! Das ist ein Stück Scheiße! Ja, ich mein Stein! Kann anderem halt sterben? Was? Nein! Ich bin gefährdet! Ja! Du auch? Ja! Ich steck fester! Von Bronze auf Silber! Na siehste! Ich hab Gold! Aber das tut nichts zur Sache! Ah! Ah! Stopp! Ah! Aua! Hallo! Ja! 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 So kennt man mich! Du kennt man dich! Ich geh ab wie ein Zäpfchen! Ich mag Zäpfchen! Zäpfchen sind super! Ja! Mhm! Geil! Oh! Okay! Nein! Spricht einfach in den Tod! Yolo! Was ist los? Genau! Geh einfach in die Ecke du kleiner blöder Bär und mach nichts! Nein! 18 Kills nur! So ne Sch... Da trifft ja mich noch der Lackaffe! Scheiße! Schade Schokolade! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab dicke Rüstung und ein Steinschwert! Oh jetzt gehts los! Ich hab auch ein Steinschwert Digga! Digga Lahn! Es geht bei mir ab man! Digga! Ich hab ein Spinnnetz alter! Nein! Schwör! Oh Gott! Ich bin dumm! Aber ich glaub Mr. Moor lässt sich anstehen oder? Ja! Jetzt kann er auch gewinnen! Fuck! Wenn es am schönsten ist sollte man aufhören! Also... Tschüss Leute! Tschüss! Tschüss!